Der schönste Moment bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Unsere Spiel gegen Argentina 2014, Achtelfinale, dieses Tor von Limari hat uns kaputt gemacht. Ich denke, es ist schon Stade René im ersten Jahr. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Ich war noch jung und viel Bauer, aber das war geil. Wie gesagt, die WM 2010, dieses Tor gegen Spanien. Dieser Moment gegen Argentina. Wir hatten so viel Ballbesitz gehabt, so gut das Spiel im Griff gehabt. Das ist schade. Es ist schwer zu sagen. Ich denke, alle Spieler haben viel für Waliser Fußball gebracht. Sie hätten alle das verdient. Für mich waren sie alle Vorbilder. Ich bin dafür dankbar. Für das. Die Münster ist der einzige Waliser Ausland. Er zeigt auch in der Nationalmannschaft, dass er eine richtig gute Spieler ist. Ich denke, er ist momentan der beste Spieler.